Kurt Krömer, der bekannte deutsche Komiker und Moderator, hat sich offen zu seinen Kämpfen mit Depressionen geäußert. In mehreren Interviews und Fernsehsendungen spricht er über die Herausforderungen, die mit dieser psychischen Erkrankung verbunden sind und betont die Bedeutung von Ehrlichkeit und Offenheit im Umgang mit psychischen Problemen. In einem seiner letzten Auftritte gab Krömer zu, dass er jahrelang mit Depressionen zu kämpfen hatte. Er erklärte, dass es für ihn unerlässlich sei, über seine Erfahrungen zu sprechen, um das Stigma, das oft mit psychischen Erkrankungen verbunden ist, abzubauen. Der Komiker berichtete, dass er viele Phasen im Leben hatte, in denen er sich extrem niedergeschlagen fühlte und das Gefühl hatte, in einem tiefen Loch zu stecken. Kurt Krömer ist nicht nur für seine Comedy bekannt, sondern auch für seinen authentischen Umgang mit persönlichen Themen. Er thematisierte, wie er in den Zeiten seiner tiefen Depressionen zunehmend isoliert wurde und die sozialen Kontakte schwindend gingen. Krömer betonte, dass das Gespräch mit Freunden und Vertrauten für ihn eine entscheidende Rolle in seiner Genesung spielte. Seinen Angaben zufolge hat das Teilen seiner Gefühle mit anderen ihm geholfen, sich weniger allein zu fühlen und den Mut zu finden, aktiv Hilfe in Anspruch zu nehmen. In einer aktuellen Diskussion äußerte er, dass es in der Gesellschaft ein starkes Bedürfnis gibt, über psychische Erkrankungen zu sprechen. Laut Krömer ist es wichtig, dass prominente und öffentliche Personen ihre Geschichten teilen, um anderen zu zeigen, dass es zwar schwer sein kann, aber man dennoch Hilfe suchen kann. Er appellierte an diejenigen, die ähnliche Kämpfe durchleben, sich nicht zu schämen, sondern Unterstützung zu suchen und darüber zu reden, wie man sich fühlt. Kurt Krömer stellte auch fest, dass die Medien oft ein verzerrtes Bild von Erfolg präsentieren, was dazu führen kann, dass Menschen glauben, sie müssten ständig glücklich und erfolgreich sein. Für ihn ist es wichtig, dass die Realität, die oft von Kämpfen und Zweifeln geprägt ist, stärker in den Vordergrund gerückt wird. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch D. Diese Offenheit, wie er es nennt, könnte vielen helfen, ihre eigenen Unsicherheiten zu akzeptieren. Ein weiterer Punkt, den er hervorhob, ist die Notwendigkeit, die eigene mentale Gesundheit ernst zu nehmen. Er sprach von der Wichtigkeit, sich selbst Zeit zu geben und mit dem eigenen inneren Frieden zu schließen. Dies kann eine Herausforderung sein, aber laut Krömer stets eine wertvolle Reise. Durch seine ehrlichen Berichte und Bekenntnisse hat er nicht nur für sich selbst, sondern auch für viele andere, die ähnliche Schwierigkeiten haben, einen bedeutenden Schritt in Richtung Heilung gemacht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kurt Krömers offener Umgang mit seinen Depressionen nicht nur mutig, sondern auch inspirierend ist. Er hat es geschafft, ein Bewusstsein für das Thema psychische Erkrankungen zu schaffen und ermutigt viele, sich ihre Herausforderungen zu stellen und offen damit umzugehen. Seine Geschichten machen deutlich, dass es Hoffnung und Unterstützung gibt und dass das Sprechen über solche Themen der erste Schritt zur Heilung sein kann. Verfasst von Anita Farke, Sonntag, 8. September 2024.